What's up everybody? Herzlich willkommen zu einer Runde League of Legends. Sorry, dass ich jetzt reinrede, Florian. Ich spiel jetzt mal eine Runde LoL, ausnahmsweise als Vierer-Premate, nicht nur mit Bena. Und ja, dabei sind Tim, Benny und Florian. Die... Hallo. Ja, genau. Du hast Flo, Flo, Jan, herzlich willkommen. Okay, Flo. Wenn dir das mehr gefällt. Auf jeden Fall werde ich jetzt Top-Lane-Yaks-Fay spielen gegen Nasus. Oder Yi? Müsstest du gewinnen. Gegen Nasus müsstest du gewinnen, der hat 73 Wins. Okay. Ja, äh... Für das Level 30. Mir ist alles zuzutrauen. Aber ja, keine Ahnung. Ich werde sehen, ob ich irgendwas reißen kann, aber ich... Nein, seine Ruhens sind irgendwie komisch. Sind sie auch. Der hat zwei Magic Penetration drin. Okay. Klaus, Klaus, Klaus. Oh, back in business. Cool. Der Amomo spielt voller AP. Okay. Vielleicht hat er auch nur AP-Huhnen mitgenommen, oder? Ach, Moment. Der ist ja gar nicht im Jungle. Der ist ja... Ach, ist beim Jungle. Die Gegner haben auf jeden Fall einen Chaco-Support. Jaja. Äh, Chaco-Jungle-Mai nicht ohne Smite. Ich finde, dir wollte ich doch nicht helfen. Mal sechs Looten. Chaco-Jungle ohne Smite. Oh, Benni, und du spielst Dingens. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt erstes Skillen für Top? Ich bin mir irgendwie gerade nicht ganz sicher. Ach, das hat ein Nasus. E. Oh, ja, E, wollte ich auch sagen. E oder wie? E oder wie? Ja, ich hab mich jetzt für die E entschieden. Wir sind eh noch ein Nahkämpfer, also. Ja, so eine Elise oder so Top wäre jetzt richtig eklig gewesen. Was machst du da in der Base? Hast du den... Nee, kannst du ja gar nicht. Ich skill mein es dann. Ach so, ja. Macht Sinn. Lol, wir haben eine Jänner-ADC. Alter, hat die nicht den Forecast-Skin gehabt? Da irrige ich mich da gerade. Löstig. Ich dachte irgendwie, ich hätte eine Forecast-Jänner gesehen, aber ich sehe eh immer Forecast-Jänner. So. Wenn Jänner, dann Forecast-Jänner. Haben wir gewartet, falls der Chaco hier rüberkommt. Ich brauche meinen Wort, damit ich draufhüpfen kann. Scheiße, ich hab gar nicht eingekauft. Warte mal, Tim, lass doch hier kurz den Blue-Buff machen. Ja, echt mal. Aber Tim, das merkst du irgendwie... Den kriegst du schon. Ich hab neu gekauft, Alter. Ich hätte es dir sagen können, aber ich dachte, du hast es beabsichtigt. Ja, doch, hier auch. Ja, dann gereicht. Oh, ach so. Gut, dann smite halt. Ach stimmt, das hat ja jetzt nur noch 40 Sekunden cooldown, oder? Oh, ne, ich hab einen TF-Jänner mit da. Okay, jetzt hast du mega viel Erfahrungspunkte gekriegt, oder? Hm? Jetzt hast du vier Ziel-Erfahrungspunkte dazu gekriegt. Ich sehe es gerade. Wieso eigentlich? Ja, genau. Neben mir stand es. Cool. Ich gues mal deshalb. Na ja, nicht so cool, weil ich bin nicht Level ab. Ach so. Na gut, dann halt doch nicht so cool. Ich dachte, das ist ja cool. Hm, hm. Boah. Oh, shit. Ja, genau das Level dachte ich mir auch. Du bist erst mit Level 3 stark in der Gegend. Ich weiß, aber ich habe es ja erst nachschreiben müssen. Fick dich. Alter, wenn er mein Gift läuft, dann ist er jetzt schon ein bisschen schwach gegen mich, oder? Dann kriegt er direkt so ein Gift-Zahn in die Fresse, oder? Ja, aber ich weiß nicht, dass es geht. Mich? Was hast du denn, was willst du als erstes und zweites? Q und W. Okay. Q ist die kurze Fütze, oder? Der Q ist, dass ich mal kurz hinsetzen, dass er explodiert und W ist die Fütze, die lange hält. Da hast du richtig Q, ich... Als auf mein Gift-Zahn war ich erst... äh, vier. Ja, fuh. Boah, ich brauchte erst meine Tränen hier. Also top, lasse ich mich hier gerade so ein bisschen in den Tower pushen. Ja, okay, passt. Also ich meine nur für Tim, dass er hier eigentlich easy ganken sollte. Und ich kriege keine Last Sits, das muss ich dazu sagen. Ich muss den Last abhalten von Last Sitten. Und deswegen lasse ich ja auch möglichst die Minions in den Turm. Oh, fuck. Ja, Chaco, es ist mein Stange. Oh, ich kann rausflashen, weil es ein 2-Shoot gewesen ist. Loh, er hat mich jetzt ignitet. Also Nasus hat kein Ignite mehr. Und ich habe... Ich habe da jetzt einen Flash mehr. SS. Top, SS. Okay, Nasus ist wieder da. Ja, ich komme mal top. Der ist auch noch da. Also. Obwohl, wir mit den... Man haben ja top lane, ja... Ich gehe lieber auf top. Ich meine, wir den Nasus ernsthaft escapen noch. Ja, los, geh drauf. Ich muss doch entfügen, muss dann gagen. Ja, ich meine, du bist jax, du musst dann gagen. Ja. Ach, fuck. Nee, geh weg. Jetzt. Ja, ich habe jetzt zu viel, aber wir werden jetzt. Ja, auch Probleme. Siehst du, was ist denn der Fasser? Er ist genauso wie Six. Er macht einmal damit so viel Schaden. Plus, Chaco. Oh, und Nasus ist wieder da. Ah, Chaco, Baby ist jetzt hier, ich glaube ein bisschen. Der TF kommt durch, Tim. Ich komme nicht. Nö. Jetzt kommt doch... Ich komme wieder nochmal drauf auf ihn zu gehen. Ja. Wenig Mana, Alter. Ich darf jetzt... Wenn du nochmal drauf auf ihn sind, ist er einfach nochmal drauf auf ihn. 1040, dann kann ich weg. Oh mein Gott, noch ein Last-Hit verkackt. Langsam. Proberatieren wir einfach drauf auf ihn. Ach so, ja gut. Jetzt rennt er eh gerade weg. Ja, was sagst du, was soll ich sagen? Hast du einen Trainer, oder? Ja, ich muss ja werden, also ich denke es zu lange warten. Ja, ist schon okay. Ja, nein, gar nicht auf ihr. Das ist noch Mana, also. Okay, ich habe Ulti. Und er hat mich jetzt gerade... Er hat keinen Mana mehr, das weiß ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe auch gleich back, warte mal. Ich wäre sicher gegen, dass der Nasus jetzt hier nicht farmt. Oh, ich komme. Ich wollte jetzt da nicht reinhüpfen. Ich habe doch zu sehr Respekt vor dem Nasus. Ich habe gerade ein bisschen nicht einen Blick, aber okay, mit das hat er. Ja, fuck, der wollte ich jetzt hier weiterfarmen wollen. Dann, dann, dann habe ich mal vier Mana, Robert. Brauchst du nicht so viel Sorgen zu haben. Ja, deswegen bin ich mir, wie auch, gerade ziemlich sicher, wenn ich ihn von meinen Minions verscheuche. Ich will ja nicht, dass er farmt hier oben. Ja, guck mal, der rennt jedes Mal weg, wenn ich ihm zu nahe komme. Vor allem, weil er ja kein Mana hat. Er kann trotzdem ein bisschen seine Q stacken. Warte mal, wie viele Creeps hat er? 22. Ich glaube, wie viele Aufladungen. Weiß nicht, kann ich nicht sehen. Ach doch, 48. Hau dir mir gerade nur irgendwie nicht angezeigt. Ah, na gut. Ich bin mal weg. Hol mir mal ein, äh, Bilgewasser. Denny ist, du waffst, ich muss mal das Blackboard machen. Okay. Oder kriegst du den, nee. Nee, Junge. Ich muss gerade die Ola-Aktion auf den TF machen. Wieso? Was musstest du machen? Musstest du oder hast? Was ist? Frag ich mich auch gerade so ein bisschen. Musst du oder hast? Ich hab. Weil er mir gerade so auf den Nerven gegangen ist. Weil er mir gerade so auf den Nerven gegangen ist, Jolo. Einfach auf mir. Einfach Dicke, Ola. Ey, Top, SS. Oh, schön. Schick. Nohoi. Good job. Ach, vor allem, die haben einen Yee-Bot als ADC? Oder was? Ja. Mit der Mumu-Support. Okay, äh, Pascal. Ja, genau. Benny. Ja, warte, ich komme. Ah, okay, TF ist weg. Ich wollte gerade gucken, ob TF noch da ist. Ich habe gerade mit 300 Leben oder so in der Tower. Jetzt sollte ich endlich ein bisschen Lasted vorhanden. Also Top ist immer noch SS. Vorsicht. Mit dir. Nur bestes Vorzugs. Ich würde ja auch sagen, deswegen sind wir so Vorzugs. Also Nasus hat jetzt Ulti raus. Okay, dann komme ich mal vorbei. Ja, hat sie jetzt gerade angemacht. Ich würde mal warten, bis das Ding weg ist. Dann kannst du drauf gehen. Fuck. Also in der Mitte ist gerade ein bisschen Gleichstand. Hast du den Schild noch? Na gut, du kommst da auch so raus. Bisschen Angst, äh, was ist mit Chaco? Wo ist denn? Ich habe den gekriegt, ob du den gekriegt hast. Ja, ich auch nicht. Ich denke mal, ich hätte den noch nicht gekriegt. Ich bin mal. Na ja. Fuck. Nee, ich bin schon nicht. Ich bin Lastedbar. Ich bin noch warten. Bleibt es überhaupt auf BOT? Ist ja eine ADC-Jude, oder? Hat der Klon von Chaco auch seine Dingesbumse? Äh, seine, wie heißen das? Seine Buffs um sich rum? Nee. Nein. Daran erkennen wir nicht mehr. Okay, Chaco. Ja, das ist gut. Zu wissen. Ja, da sind eh seine komischen Dinger drin. Soll ich da jetzt reinbrennen? Fuck. Okay, was denn ist das? Ja, ich stehe. Ah, gut. Also, ich komme ab. Chaco ist, ähm, wieder weg von Top. Oder er steht in meinem Busch, das weiß ich nicht genau. Ich stehe zum Nasus-Farm, 49 hat er. Oh, gut ab. Da müssen niemanden Buffs kommen. Die Jana ADC ist ganz gut. Ich habe die Hexte geflasht für den Kill. Der hat doch schon drei Kills. Hallo. Ja, natürlich wegen dem Best Support EU. Weißt du? Einfach, wie gesagt. Flur, best Support. Ah, nee. Nee, Flur, best Support. Ach, man kann der Nasus nicht einfach gehen? Ich habe hier ein bisschen Farm rum. Ah, mir fällt gerade auch, dass ich den zweiten Kill aussecuren hätte können. Stun oder was? Nee, er bringt nichts aus. Ich frage mich auf einen neuen Busch. Ach, kann der mal aufhören, seine E-Hillen, meinen Tower, zu spammen? Ach, komm, warte. Mit Len kann ich hier nicht so gut ganken. Ja, als TF. Er steht auch ziemlich gut, also... Der Len ist ziemlich ausgeglichen. Oh, fick dich, Schwabon. Ich müsste nur in der Base gehen, aber... Also bist du jetzt doch Mitte, okay. Okay. Ach, Mann, ich wollte eigentlich einen epischen Warchamp machen. Warum habe ich es nicht getan? Jetzt ist das Support. Ach, das ist Bisto, aber ich komme nicht hinterher. Was machst du da? Der kommt, Hopf. Ja, der kommt, Hopf. Oh mein Gott. Also ich hoffe einfach... Gut, er kann jetzt sich in den Turm ulten, das bringt ihm nichts. Aber er könnte auch seinen Karten werfen, mich treffen, glaube ich. Mach mal deine Lane, Robert. Ach, Gott, ich bin weg. Ja, mach. Die ist ziemlich aus dem Spiel raus. Okay, das ist doch Mitte. Gut. Gut, ich habe jetzt auch mal einen Giants Blade geholt. Ich fühle mich ein bisschen sicherer. Ich habe halt nur gesehen, wie der TF irgendwie da... Zeig mal, wie steht denn der Yi? Alter, 0-3. Wie sieht es vom Farm aus? Er hat 43 aus der Tiana. 75. Schick. Oh, er hat mich gar nicht gefihrt, der Clown. Tim, da ist immer noch ein Clown, der dich gleich führen will. Ach, ich sehe gerade. TF nicht. Warte mal, ich habe in drei Sekunden wieder Dingens. Das ist halt, dass TF jetzt belohnt, der irgendwo hinkommt. Okay, da nicht. Er hat immer irgendwie so einen Jungle-Hackort. Ich dachte nur... Mann, der hat ja mehrere Clowns hier gehabt, verdammt. Hatte den Q? Ach, ich glaube... Der hat keinen Mana mehr. Oh, Nasus hat keinen Mana. Ich dachte, du meintest Chaco, der keinen Mana mehr hat. Ja. Oh, good job. Chaco, Chaco hat so wenig Leben, dann musst du weg. Mette ist weg. Ja, eben. Ja gut, dann machen wir jetzt einen Top Tower dann. Wenn Mette weg ist. Ja, bitte kommen zu Lampen, ich bin doch auf Trotz. Wie scheint. So. Fuck. Fuck. Haben auch immer einen Turm zerstört. Ja, was war denn jetzt schon wieder mit meinem Kabel, du... Oh, mein Gott. Ja, nicht schick. Und jetzt alle Mitte. Gehen wir jetzt erst mal... ...Agräsen ab. So, bin wir da. Ein Lifesie brauche ich auf jeden Fall noch. Okay, TF ist weg. Was ist mit Blitzkank? Was ist mit Blitzkank? Der TF ist weg, habe ich gerade doch mal gesagt. Ach, TF, nicht Blitzkank. Ich habe gerade irgendwie Blitzkank verstanden. Ah, da ist er da. Ja, hab den Flubaff gekriegt, glaube ich. Oder? Hm, ja. Oh, Tim. Er hat sich nicht wagen, mich anzugreifen. Jo, mir fuck, Mann. Was macht der auf einem... Warte mal, Benni, ich nehme mir ganz kurz einen Minion, ja? Das war wahrscheinlich dein Momo. Ich habe ja so... Ich habe ja so... Ich... Nee, ja. Nee, nicht mal. Fuck, alles ist weg. Oh, er hat jetzt einen Double-Kill gemacht. Ja. Um das... Oh, fuck. Oh, fuck, Benni. Benni, Benni, Benni. Du hattest an die Amomo-Ulti. Warum kann... Nein, ich habe keinen Ward ready. Fuck. Oh, fuck. Warum hatte ich... Achso, das habe ich oben platziert. Oh, ist der blöd, Mann. Schick. Schön, Mann. Ich habe einen Aktivist-Astereo, oh! Also, wenn ich komme. Oh, Master hier hat einen Torben gekillt. Ja, ja. Der hat doch wieder einen Double-Karrier gemacht. Hm, ich habe es gesehen. Der ist richtig schlecht, der G. Oh, mein Gott. Das ist G. G halt. Oh, shit. Ist halt der Meister. Oh, I. Was machst du, Junge? Alter, ich kann mich eigentlich zu dir ranziehen, Mann. Ja, dann... Soll ich jetzt Mitte kommen oder weiter Topf fahren? Alter, auch noch nicht der auf Tower-Difen, Junge. Leute? Ich hatte meine Accounte, hallo? Oh, weißt. Alter, was hat er ja auch? Warte mal, ich komme zu euch und... Ding ins auch. Ich komme mal zu euch. Surprise, I'm back. Oh, mein Gott, nein. Was soll das? Hört ihr mich noch? Was soll der Scheiß? Steam? Nein. Was geht ab? Hallo? Telekom-Bastare. Joa, Router ist aus, oder was? So wie es aussieht, weil ich habe gar keinen Nitz mehr. Schick. Schick, schick. Telekom sind solche Spasten. Na gut, dann... Bis gleich. Mit Tower und einem Teamfeld. Ne, wir müssen irgendwie Kitsen auf zwei Toren auf jeden Fall. Na gut, er hat geflasht. Ja, wir machen das, okay, ja, alles nur. Wem kommst du? Okay, gut, kommst weg. Jetzt kommen hier die Nasen, Alter. Der hat... Der hat keinen Q-Stick, Alter. Geht drauf. Oh, okay, gut. Jetzt die anderen noch. Den Fick da auch, aber hat die anderen. Aber jetzt war Christel, der Däuret. Ja, klar. Äh, nee, die sind schon weggekommen, aber... Überfasst, ey. Wir haben, wir haben. Wir haben, wir haben. Wir haben einen Top-Tower, obwohl der Tower lebt, ja? Ja, eigentlich... Eigentlich haben sie da gerade den Top-Tower-Angriffen, aber... Er hat irgendwie nur überlebt. Ja, fuck, ich muss aufpassen. Ich kann nicht so gut mit dem Mad-Buff-Lafen, obwohl ich schaffst du schon alleine. Ich kann nicht... Der Flour sich auch gerade. Aber ich möchte auch noch gerade nach vorne kommen. Das wäre ja jedes Mal, ja. Der hat da keine Lifestyle-Lessing, meintest du, sie packt das nicht. Also wir fass uns in dem F-Kader oder die fäßt mal Lifestyle-Lessing. Weil sie anscheinend, jetzt erst auf KTU geht. Das ist eine ganz unbekanntes. Ja... Weil sie so gut verlegen, war halt auch nicht vorne. Oh, wir müssen gleich Bot helfen Aber zumindest Kassi Pai, das müsste reichen eigentlich Hast du deine Ulti wieder, Benni? Ja, meine Ulti Dann bin ich jetzt tot Ah fuck, Shaco's Clown, Junge Alter, wie die mich die ganze Zeit einfach nur fokuse und jagen Das bringt einfach gar nichts, die kriegen bald gar kein Gold mehr von mich Das ist so blöd von denen Nice Aber ein Ulti ist auch von Rettetot Ja, 5-3 Geh weg, einfach roll, du musst dich verändern So viele Kits hat der eigentlich auch noch, obwohl er auch 5 Der hat so viele Kits gekriegt Ja, ich... so Ich versuche den 2. Tower zu deffen irgendwie Ich komm jetzt auch mal hin Auf der Nasus Okay, da kannst du dich zu deffen Ich tänke mich glaube ich noch ein bisschen mehr Also ich will mir noch ein bisschen mehr leben Oh 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 fuck Oh Okay, meine Ulti noch nicht zu packen Oh Alter Da ist nur ein Warrior Ich hab' mich noch keine Ulti, die ich gerade erst in 6 Sekunden wieder habe ich natürlich Ich überlebe noch so lange Auf der Nasus Und alle sind pre-made auszuschattet Ja Deswegen wird das glaube ich so gehen für Ripport gegen Schocko, so wie die Gratfallflame Ja, wir haben gerade alle Schatten ein bisschen rumgeführt Du musst mal gucken, ob wir den Dragon eben wieder bekommen, den nächsten Der ist gerade schon da, die wollen die gerade noch machen, oder? Waren die müssen gerade Äh, die sind alle retarded, ich wäre mir da gar nicht mal so sicher Na doch, ich glaube so schlau sind sie auch Da sind die gerade hingelaufen Richtig So sah es alles aus Warte Tschüss Ja Baut ihr mal früher ne, ne Ding Ähm Ne Trinity Checks Das ist unglaublich stark auf dem Hey, wie soll ich an einem Superfighter, die hätte ich mal gebraucht Ja stimmt, du hättest sie mehr gebraucht, aber die hat auch mal eine Waste immerhin Ja, aber nicht so viel wie ich Ja, und eigentlich muss sie ja Wie ist die Scheiße, ja Lol, Autotext Ja, ich habe ihn auf den Hut Ja, ich habe ihnckte Nein, ich habe ihn Ja, ich habe ihn Neue, ich habe ihn Ja, da hole mich Ja, ich habe ihn Ich weiß nicht, wir haben den G rausgenommen eigentlich, der hat eigentlich nie Damage gemacht. Der TF macht kranken Damage, das stimmt. Ich weiß nicht, dass er knapp ist. Ja, mich hat der TF so viele getragen, ich auch. Ja, aber das ist der für Ulti anmacht, extra. Das ist richtig geil sogar. Na, ist jetzt dein Ulti raus. Irgendwo oben war Shaco? Nein. Irgendwo. Wohl für Geld, weil sich die Pflicht das gerade mal lohnen. Warte, raus, komm mal. Ja. Okay, ist nicht da drin. Da ist der noch. Genau. Ja. Oh fuck. Boah, kommst du weg. Wir haben jetzt alle um die Nacht zu kommen und da zu Robert. Oh fuck, das hat der TF für mich. Ja, ja, es war alle zu Robert. Hat er auch mal seine Ulti gemacht? Ja, hat er immer. Aber da hat's ihm nichts genutzt. Ja, aber ich meine, jetzt wird's nicht gehen. Obwohl, der nicht immer so schön haben. Oh fuck, Kim ist tot, glaub ich. Ui, genau deswegen hab ich den eingestellt. Nicht für die Vision. Kein Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh man, ey, ist so cool. Die sind einfach, die sind einfach gepusht. Jetzt sofort pusht den scheiß Tower. Boah, eigentlich weil ich noch weggehe. Warte, ich geh back und defe. Boah, top. Der pusht einfach, der pusht schneller als die drei. Na, Master Gale. Nimm mich der Bolt. Der Master Gale mich immer anguckt. Die sind echt blöd, man. Wieso, wenn der E-Maschinen... Okay, das hier, lass, oder? Ja, ne, ne, das, lass. Also, wenn ich mich mal einer der Schiffe angucke, dann ist er gleich tot, Junge. Jo, komm, back und wir... Ja, ich hab ein 138er, leider nur. Wieso? Oh. Wieso, was ist da denn peinlich? Ich hatte schon mal als Leona mehr erfahren, als mein ADC. Na, na, ma. Wen hat's denn da als ADC? Mich? Ich glaub, Tim. Doch. Echt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber, aber nicht... Zum Late Game hin nicht mehr. Bestimmt. Ja, Early Game. Early Game kann man ja auch mal verkacken. Naja, bis zum Mid Game eigentlich. Ich bin auch schon getankt. Ich ein bisschen. Ich komm wieder nochmal leer an das Qual. Hab hier ein bisschen mehr Leben. Ja, wir... Ja. Also, ich... Ich kann da mit auf Bad kommen. Jaaa 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 W3 Wir können uns langsam raubt uns leisten Jungen Fakt her Alter Fack Ja, einfach weg Er ist tot Er ist tot Fertot Literal Schaden Jaaa Ich geh auf ins Back und mehr Arbitons Äh, Junge, ich hab mehr Arbitons Ich glaube ich bin der Carry Äh, Junge, ich hab mehr Arbitons Ja, erstmal hat er jetzt. Bärbeln. Bärbeln, oder? Ich weiß nicht. So ist alles weg, außer dass er aus ist. Ja, und? Bei uns doch nicht. Ich meine, solange die Schacke seinen verblenden Klon hat. Ja, die machen Bärbeln. Ja, machen sie nämlich. Nee, geh einfach. Was soll ich da machen? Aufgehen. Okay, eins. Ja gut, den machen wir jetzt hier weiter, Alter. Stopp. Ach, der kommt irgendwann zurück. Dann machst du geil. Da krieg ich doch. Okay. Ähm, vielleicht noch. Eigentlich würd ich fragen, ob er das noch zu retten machen, aber... Das ist blöd, Alter. Das ist blöd, Alter. ... ... Vielen Dank.